Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen Daily News rund um Schalke 04. Auch heute wieder wie gewohnt kurz und kompakt in einem Video zusammengefasst. Am Samstag ist es ja soweit. Natürlich steht unser Zweitligaspiel gegen St. Paulian, aber vor allen Dingen ist auch das 25. Jubiläum unserer Eurofighter. Denn da hat nämlich Olaf Thun als ehemaliger Kapitän wieder alle Mann eingeladen, um den Triumph von 1997 noch einmal gebührend zu feiern. Schade daran ist, dass Olaf Thun zumindest fehlen wird. Er hat das ganze Ding organisiert, ist aber jetzt an Corona erkrankt, aber gute Besserung an der Stelle. Sehr, sehr blödes Timing. Aber trotzdem hat er das Event schon gut organisiert. Vor dem Spiel steigt nämlich für die Helden von damals mit dem Anhang in der Steigerbar der Arena eine Party, an der auch die Traditionself mit weiteren Größen der jüngeren S4-Geschichte teilnimmt. Unter anderem ist wohl auch Kevin Kurani mit dabei. Eine gute Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff der Partie gegen St. Pauli dürfen sich dann unsere Eurofighter auf dem Rasen von den Schalker Fans gebührend feiern lassen, wollen aber natürlich auch pünktlich zum Anpfiff wieder weg sein, um einfach auch die Show dem neuen Schalke zu geben. Im VIP-Bereich im Blauer Salon würden die Legenden dann im Falle des Aufstieges mit der aktuellen Mannschaft und rund um Trainer Mike Büskins feiern. Packen wir den Aufstieg, wird die Nacht noch länger, kündigt nämlich auch Thun via Bild bereits an. Und somit steht die Planung auf jeden Fall schon für unser Jubiläum, für das Jubiläum unserer Eurofighter. Und möglicherweise gibt es dann auch die Aufstiegsfeier mit den Helden von damals zusammen. Plus den neuen Helden wäre sicherlich wunderbar, vor allen Dingen, weil genau das Olaf Thun schon vor einem Monat angesprochen hat, dass er sich sehr freuen würde, wenn im besten Falle das Event der Eurofighter mit dem Aufstieg zusammenfallen würde. Klar ist aber natürlich auch Düsseldorf, wir müssen dafür gegen Darm schon mindestens Punkte holen, wir müssten gewinnen. Aber trotzdem schön, dass das Event der Eurofighter schon mal steht. Simon Tirodde ist ja ein großer Faktor für eine bislang wirklich gute Schalke-Saison. Mit 27 Toren ist er maßlich daran beteiligt, dass wir zweispieliger Verschluss auf dem ersten Tabellenplatz stehen. Und sollte es dann in die Bundesliga gehen für uns, rechnet Peter Neurore auch dort mit vielen Toren von Tirodde. Und somit anders, als es in der Vergangenheit der Fall war. Was Simon vor dem Tor macht, ist einzigartig. Man kann ihn mit Erstligastürmern vergleichen, sagte der Sport1-Experte beim Zweitliga-Doppelpass. Ich bin überzeugt davon, dass Schalke aufsteigt. Simon Tirodde wird endlich beweisen können, dass auch dort ein Top-Stürmer sein kann. Bislang ist seine Bilanz in der Bundesliga nicht allzu überragend. Liegt auch vielleicht daran, dass halt meistens die Aufsteiger etwas defensiver schwimmen, wodurch der Weg zum Tor länger ist. Und genau das sieht auch Neurore ähnlich. Trotzdem glaubt er an den Durchbruch von Tirodde in der Bundesliga, sofern eben Schalke den Aufstieg schafft. Er wird immer besser, da er mehr Anerkennung bekommt. Vereine bemerken, dass sie sich mehr nach vorne entwickeln müssen, wenn sie einen Simon Tirodde im Kader haben. Dass er 34 nochmal Nationalspieler wird und bei der WM in Katar dabei ist, glaubt Neurore aber eher nicht. Es geht nicht, dass wir in der Phase, in der wir uns derzeit befinden, kurz in der WM einen neuen Stürmer bringen. Ich bin überzeugt davon, dass er helfen würde, aber einen Spieler, der keine internationale Erfahrung hat, darfst du nicht bringen. So, Neurores klare Meinung dazu, weil er auch schon viel ins Spiel gebracht hat, dass er so einen echten Neuner wie Tirodde auch mal gut gebrauchen könnte, um ihn bei so einem Turnier mal reinzuschmeißen. Auch wenn er an sich nur ein Zweitliga-Knipser ist, um einfach da mal eine Komponente zu haben. Aber laut Neurore würde er zwar grundsätzlich helfen und würde das Zeug mitbringen, aber ihm würde halt die Erfahrung auf diesem internationalen Parkett fehlen. So Peter Neurore. Am Samstag kann es ja soweit sein. Die Rückkehr in die Bundesliga könnte perfekt gemacht werden, aber man darf ja nicht vergessen, es könnte auch zum Showdown kommen bei unseren Freunden aus Nürnberg am letzten Spieltag. Sollten eben alle Mitkonkurrenten ebenfalls gewinnen oder wir eben nicht. Und damit wird natürlich auch wichtig sein, gegen Nürnberg das beste Personal zu haben, aber da könnten uns bis zu vier wichtige Spieler fehlen. Denn Daku Czolinov, Florian Flick, Dani Latza, wie auch Rodrigo Salazar dürfen sich gegen St. Pauli keine gelbe Karte abholen, sonst wären sie gegen Nürnberg gesperrt. Vor allen Dingen bei Daku Czolinov ist die Gefahr durchaus da. Die letzten Wochen war er einer der auffälligen Spieler, gegen Bremen nach Einwechslung der beste, gegen Sandhausen bei beiden Toren maßgeblich involviert. Allerdings scheint aktuell die gelben Karten so ein bisschen anzuziehen. In drei der letzten vier Spiele wurde er verwarnt und auch gegen Sandhausen gab es ja bei seiner Auswechslung die gelbe Karte. Bei Latza ist es auch ähnlich, also er kriegt halt die viele gelbe Karten, obwohl er ja gerade mal die Hälfte der Spiele gemacht hat. Auch er hat in Sandhausen die vierte bekommen und ist damit so ein bisschen mit dem Risiko dabei, als zentraler Mittelfeldspieler gegen Nürnberg zu fehlen. Salazar hat das ein bisschen anders hinbekommen. Er ist nämlich bereitet Mitte Januar von dieser gelben Schwere bedroht. Seitdem macht er aber auch eher wirklich gute Zweikämpfe und Tore wie auch Vorlagen und hat damit so ein bisschen vermieden, sich eine fünfte gelbe Karte abzuholen. Und somit ist da ein bisschen die Luft raus. Das hat Salazar gut in den Griff bekommen. Ähnlich auch bei Florian Flick, denn der hat in der Anfangsphase der Saison, es ist teilweise auch ein bisschen übertrieben in der Zweikampfführung, denn schon nach sechs Spieltagen hatte er drei gelbe Karten auf dem Konto. Die vierte gab es in der Rückrunde erst gegen Paderborn. Und somit, wenn man davon ausgehen würde, haben Flick und Salazar nicht zwingend das hohe Risiko. Bei Latza und Julio muss man schon gucken, weil die auch immer wieder reinhauen. Und das wäre natürlich schon wirklich bitter. Wenn wir den Aufstieg noch nicht fix machen sollten, würden genau diese Spieler gegen Nürnberg fehlen. Das sollte man dann doch schon vermeiden. Vor ein paar Wochen ist ja so ein bisschen Unruhe aufgekommen, weil es ins Spiel gebracht wurde, ob Clemens Tönnies möglicherweise Ehrenmitglied wird. Aber, wie es nun heißt, möchte er dies nicht. Nachher Information der Ruhrnachrichten bat nämlich der frühere Klubpatron, ein Fan des Fußball-Zweitligisten, dessen Antrag auf eine Verleihung der Ehrenmitgliedschaft zurückzuziehen. Und der Fan kam Tönnies Wunsch auch nach. Wir haben Clemens Tönnies mit seiner Unterstützung und seinem Einsatz. Sie fällt ins Arena, die Knappenschmiede und das gesamte Bergerfeld, um einiges zu nennen zu verdanken, schrieb er der Schalker Mitglied Manfred Nentwitsch demnach zuvor schon. Schalkes Aufsichtsrat Chef, dessen Vorsitzender Tönnies ja lange war, soll diesem Ansinnen auch bereits entsprochen haben. Aber zu diesem Akt kommt es nun allerdings nicht, weil eben Tönnies doch einfach nicht wollte. Demnach wolle er kein Ehrenmitglied werden, weil Schalke im Kampf und den Wiederaufstieg in die Bundesliga einfach auch Ruhe brauche. Eine Diskussion über eine mögliche Ehrenmitgliedschaft wollte Tönnies dem Verein ersparen. Was ja da auch wirklich schon mal eine gute Nachricht ist und auch richtig so ist, finde ich, von Clemens Tönnies. Der 65-Jährige war in seiner 20-jährigen Tätigkeit auf Schalke immer und immer wieder umstritten. Unter anderem geht er wegen rassistischer Äußerungen, die er bereut in die Kritik. Und nach seinem Ausscheiden vor knapp zwei Jahren bot er seinem Herzenslob auch an, das Sponsoring seines Fleischimperiums nach dem Gastrum auszuübernehmen. Aber dies lehnte ja der Klub damals auch ganz bewusst ab, um ihm auch da Unruhe zu vermeiden. Also, Clemens Tönnies, Ehrenmitgliedschaft ist wohl kein Thema mehr. Der Wunsch von einem Fan war auf jeden Fall da, dies zu machen. Clemens Tönnies wollte es aber selber nicht. Und somit können wir auch das Thema nun zu den Akten legen. Gerald Azamor sowie Mike Büskens greifen in die Trickkiste und wollen so ein bisschen den Druck rausnehmen, waren so ein Profis vor dem wichtigen Spiel gegen St. Pauli. Denn am Mittwoch ließ Büskens kurzfristig und sehr überraschend das Training ausfallen am Morgen, versammelt seine Mannschaft nämlich stattdessen zum Teambuilding auf einem Schloss. Denn bei den Königsbaum-Profis herrschte zu Beginn des Tages große Verwunderung, als sie nämlich am Morgen das Trainingslende erreichten. Es ging nämlich nicht auf dem Rasen, sondern zur lockeren Laufeinheit, deren Ziel das naheliegende Schloss Berge in Gelsenkirchen war. Das ist von unserem Trainingslende ungefähr zwei Kilometer entfernt. Und dort gab es dann von Mike Büskens wie auch Gerald Azamor zunächst einmal ein ausgiebiges Frühstück. Danach wurde entspannter Atmosphäre, das weitere Vorgehen bis zum Anpfiff gegen St. Pauli besprochen. Generell ging es natürlich darum, den Druck rauszunehmen, die Köpfe freizukriegen, die Kräfte auch zu sammeln und dann eben auch am Samstagabend wieder vollkommen bei der Sache zu sein, um dann eben möglicherweise die Bundesliga-Rückkehr perfekt zu machen. Und ich denke mal, das ist auch vollkommen richtig so. Natürlich schadet es auch nicht so viel zu trainieren, wie es nur geht, aber wenn man das eben auch mit der Laufbahn verbinden kann, dann ist das sicherlich nicht verkehrt, weil klar ist auch, jetzt in diesen anderthalb Wochen bis zum 34. Spiel, da geht es nicht mehr wirklich zwingend um den einen taktischen Kniff, den man nochmal machen wird oder sowas, sondern vor allen Dingen um mentale Stärkedusse muss im Kopf da sein. Und ich glaube, da wird es in der Truppe bestimmt mal gut getan haben, einen relativ entspannten Morgen zu haben, als Truppe nochmal mehr zusammenzuwachsen, was ja eh schon ein gutes Zeichen war die letzten Wochen, was man da so gesehen hat. Und ich denke mal, deswegen war dieses Geheimtreffen im Schloss auch eine gute Idee von Mike Büskins und Gerald Asamoah. Ko Itakura ist sicherlich eine der großen Überraschungen der Saison. Wer ihn damals schon gekannt hat, gehörte sicherlich zu den wenigen Leuten, weil sicherlich die Verpflichtung von Itakura zum einen überraschend war und der Spieler in Europa ja noch gar nicht so einen großen Namen hatte. Innerhalb von kurzer Zeit war aber auch klar, wie wichtig Itakura für den Schalker ist und deswegen ist natürlich auch klar, dass der Wunsch von eigentlich allen ist, langfristig zusammenzuarbeiten. Peter Knebel hat nun mal über eine Verpflichtung von Ko Itakura gesprochen, denn die Laie bildete eine Kaufoption. Die letzten Wochen hieß ja wiederum, dass diese Kaufoption wohl bei 6,5 Millionen Euro liegen würde und das ist natürlich schon eine extrem hohe Summe für uns Schalker. Ko ist ein fantastischer Spieler und gehört zweifelsfrei in die erste Liga. So ein Spiel überhaupt zu bekommen, das ist die Kunst des Sportdirektors. Ob wir eine Verpflichtung realisieren können, ist aktuell nicht seriös zu prognostizieren. Es ist aber definitiv ausgeschlossen, dass für eine Verpflichtung neue Schulden aufgenommen werden, hat Knebel relativ deutlich gegenüber der Sportbild die aktuellen Situationen gemacht. Und ich denke mal, ohnehin ist eine Sache klar. Kulta Kura ist, wenn überhaupt, nur zu finanzieren, wenn wir aufsteigen und Spieler verkaufen. Beispielsweise Osankabak oder auch Amina Reet. Natürlich ist auch klar, wenn du so einen Deal aushandelst, wenn diese Kaufoption in Höhe von 6 Millionen Euro stimmt, muss natürlich da auch ein bisschen was dran sein. Sprich, du handelst ja keine Kaufoptionen aus, die du eh nicht bezahlen kannst. Also ich glaube schon, dass Schalke das packen kann, wenn man halt so ein paar Bedingungen erfüllt, wie den Bundesliga-Aufstieg, wie gewisse Transfer-Einnahmen. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir Kulta Kura walten können. Ich finde es aber auch hier richtig und wichtig, dass für eine Verpflichtung keine Schulden aufgenommen werden. Natürlich ist Kulta Kura zum einen anscheinend ein super Typ und auch ein Mega-Fußballer, aber genau das ist richtig, vernünftig zu wirtschaften, was sie seit einem Jahr tun. Und genau so musst du auch weitermachen, egal, ob man dann vielleicht denkt, ha, der Spieler ist eigentlich so gut, dass sie walten müssten. Aber auch da muss man einfach vernünftig bleiben. Und das finde ich sehr, sehr gut, wie unser Vorstand das auch aktuell vorlebt. Es gibt mal wieder ein neues Transfergerücht rund um Schalke 04 und so um einen ehemaligen Spieler von uns. Und es geht um Marcel Sobotka. Der Sechser spielt aktuell bei Fortuna Düsseldorf und eine wirklich gute Rolle, ist auch teilweise Kapitän bei der Fortuna und verhandelt dort über einen neuen Vertrag. Denn dieser läuft nach der Saison aus. Parallel dazu öffnen sich aber auch dem Mittelfeldmann weitere Optionen. Wie Sky nämlich berichtet, haben zwei Aufstiegsaspiranten Sobotka auf dem Zettel. Zum einen Werder Bremen und eben auch wir Schalker. Die Königsblauen wollen aber auch wohl ihren ehemaligen Jugendspieler nur dann zurückholen, wenn die Rückkehr in die Bundesliga doch noch scheitern sollte. Dann wäre Sobotka als Sechser nämlich für den Zweitliga-Kader ja angedacht, um eben dann den Aufstieg im zweiten Anlauf zu schaffen. Also Marcel Sobotka hat gute Optionen. Düsseldorf-Verlängerung, Bremen hinwechseln, womöglich auch eine gute Rolle spielen. Oder halt zu uns, aber womöglich nur, wenn wir nicht aufsteigen sollten. Natürlich ist auch deswegen die Frage, ob dann Sobotka überhaupt zwingend das als Option sieht. Natürlich ist er ein sehr, sehr spannender Sechser. Ich finde wirklich, dass er sich super entwickelt hat. Spielt teilweise auch eher unauffällig, macht aber einen wirklich guten Job bei der Fortuna. Aber natürlich ist die Frage, inwiefern sie das Mittelfeld verändern wird, sollten wir nicht aufsteigen, welche Rolle Sobotka dann spielen kann. Aber ich gehe jetzt spontan mal nicht davon aus, dass er zurückkommen wird. Bedingt einfach dadurch, dass bis dahin, bis wir wirklich wissen, welcher Liga wir spielen, glaube ich sogar schon Bremen oder auch Düsseldorf einen Schritt weiter sein könnten und damit einen Vorsprung haben in Verhandlungen, den wir nicht mehr packen. Generell ist natürlich die Frage, ob ein Transfer für alle Beteiligten Sinn machen würde. Dass Interesse besteht oder zumindest Interesse grundsätzlich da ist, kann ich mir schon gut vorstellen. Aber anscheinend eben nur für den Fall, dass wir in der 2. Bundesliga bleiben. Und das waren also Schalkes Daily News. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.